Was machst du hier? Wir machen hier ein Ferienprogramm über das Thema Freiheit. Freiheit bedeutet, dass man frei rumläuft, wo man will. Mit Freunden spielen in der Schule. Das ist für mich Freiheit. Das ist für mich Freiheit. Was erwartest du in den zwei Wochen? Dass wir ein Thema machen über Freiheit, dass wir Sport machen und dass wir Grafietil machen. Das ist für mich Freiheit. Das ist für mich Freiheit. Das ist für mich Freiheit. In diesen zwei Wochen konnte ich eigentlich sehr gut alles mitmachen. Vor allem das Sprayen und Basteln und ja. Ich konnte ganz gut T-Shirt drucken. Dass wir Drachen gebastelt haben und gesprüht haben. Sprühen und Drachenbasteln und T-Shirts drucken. Also ich habe über Freiheit gelernt, dass Freiheit bedeutet, man kann eigentlich fast alles machen, was man möchte. Aber auch Regeln beachten und dass eigentlich fast alles erlaubt ist und man einfach frei sein kann. Für mich ist Freiheit, wenn man also zum Beispiel Stress hat oder so, dass man rausgeht. Und ja, für mich ist Freiheit. Jeder hat ein Recht auf Freiheit. Und ja, für mich ist Freiheit. Und ja, für mich ist Freiheit. Und ja, für mich ist Freiheit. Vielen Dank.